was ist denn hier los da pfeift jemand nach mir wann es ist um war ein ich glaube das war es oder die zu aus das kostet die in 40 jahr die 20.000 aber er ist aber ich meine bus station ich glaube ich jetzt hier auch hier hin da sind die strommaste im weg was ehrlich sie hier soll jetzt linie ziehen ach so da eine hin da eine hin da eine hin mal wieder zum dings Wir nehmen uns noch eine. Wir nehmen uns noch eine. Die soll einmal rundherum führen. So, das reicht erst an Busverbindung. So, mir gefällt das. Ich feiere das gerade. Jetzt ist es bei mir dann noch eine Schule. Fehlen die Fachkräfte überall? Oha. Die Superfeuerwehr... Feuerwehr-Odfräsen. Oh, da brennt es auch. Bleibt sie denn? Dann kommt sie. Sehr schön. So. Ich möchte eigentlich auch noch mal was fürs Wasser tun. Hier zumindest eine neue Pupfstation hin. Und hier holt noch mal ein Wasserrohr. Ein Abwasserrohr. Strom. Ah, geht doch. Geht doch. Verläscht in die Gebäude wieder. Weg mit euch. Ich mach mal eine ganze Industrie kaputt. So. Oh, ich hätte das falsche Gebäude weggemacht. Gut, dass ich noch mal hier richtig hingeguckt habe. Und gut, dass ich noch mal richtig hingeschaut habe. Ja, die Kreuzungssache. Kennt man. Hier möchte ich Industrie sehen. Industrie, die mit der Gewerbe verschmilzt. So ist mein Plan für das Stück hier oben. Und wieder Leerstellgebäude. Uh, uh, uh. So viele gleich wieder. Tschüsen. 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 Nein. Oh, geil. Ja. Erweitern sie die Stadt. Was fehlt denn? Hohe Nachfrage nach Wohngebieten. Oh, oh, oh. Baue ich noch mal ein paar. Oh, sollst du die abreißen? Sollst du was hinbauen? Vollidiot. So, die kommen Wohngebiete rein. So hoffen die gleich boom. So, zack, zack. Schickeria. Leer stehen jetzt die Beule. So. Ich habe sie genug Wasser und Strom. Ich würde sagen, ja. Ich würde die gleich bauen. Boah, das ist so schick. Das gefällt mir. Das ist so schick und schön. Und noch ein paar mehr. Das sollte erst mal ausreichen. So unsere neue Schule bauen können. Oh, mir gefällt die. Mir gefällt die Stadt. Finde ich ganz schick. Oh, hier bin ich noch was hinbauen, könnte ich noch was hinbauen, oder? Da bin ich ja nicht so. Der neue Reihung-Roboter von Uwak ist toll. Und da war es schnell weg. Klasse Reihung, so Roboter. Oh, hier gibt es gar keinen Strom. Oder wie, oder was? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, es ist schwer, so wenig Strom. Oh, jetzt muss ich wieder Strom bauen. 19.000. Und ein bisschen Strom da ist. Und ich denke, ein bisschen ökologisch. Grün Strom und so. Bevor wir alles vollballern mit riesigen Kohlekraftwerken. Das ist der geschehen Geburt, jetzt schon wieder hin. Merkwürdig. Nun gut. Ja, das muss euer Spahn. Was haben wir hier schönes? Die Shopping-Statue. Dekoration. Nein, die brauchen wir erstmal keinen Park. Komm, später. Und ich mache ja auch alles nicht so quadratisch, weil ich das irgendwie nicht mag. Ich mag das lieber, wenn die Straßen ein bisschen verschnörkelt sind und so, weil... Ganz ehrlich. Jetzt gerade sind die Straßen auch nie. Oh nein. Ja, es brennt sich jetzt stets leer. Schade. Ich brauche Fachkräfte. Dafür brauche ich jetzt meine Schule. Wir haben unseren Urlaub verlängern können. Bitte jemanden in der Zwischenzeit unsere Pflanzen zu gießen. Sicher. Mach ich. Oh, auch hier ist ein Gebäude. Weg mit euch. Nachfrage ist nach nichts da. Das kostet eigentlich so einen scheiß Feldweg. Ich würde aus Jux und Tolerei auch mal so einen Feldweg runterziehen. Einmal nur, weil ich es kann. Oh ja. Einmal nur, weil ich es kann. Wenn ihr hier mit herzieht, zieht da jemand her. Mir ist eigentlich alles egal. Es gibt mir eigentlich nur einen, allein jetzt um den Test. Ob die Sitzung darin reicht. So, mich würde halt interessiert, ob da jemand hinzieht. Ich habe noch kein Wasser. Ah, hast ja einen schlechten Platz ausgesucht. Oh, ich brauche die Schule. Ja, kommt bald. Ah, das ist gar nicht gut. Hunderter Gebäude, steht leer. Oh, hart. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Es ist zu viel leer stehen. Da ziehen wirklich welche hin, äh, geil. Oh, sollen sie da wohnen? Dafür hab ich's gebaut. Der Feldweg zu den Windmühlen. Oh, das gefällt mir nicht, ich bin stolz. Keinen großen Stau, hab ich gleich alles richtig gebaut. Na gut, hier stolz ist ein bisschen, von stolz ist ein bisschen. Eine Güte, bis wir da durchfahren. Der kleine Stau, der sollte mir ja nicht. Das ist ja vielleicht kaufe ich mir da noch ein Stück und dann baue ich hier weiter rum oder so. Ah, da komme ich später dann zu. Da baue ich auch Kohlen. Oh, wer will, nur als Wachen, ne? Sieh, wenn da jemand hinzieht. Auch gleich ganz hier hinten unter den Windmühlen, das sie hinziehen. Ach, naja, soll's. Ah, nach 10.000 ist die Schule drin. Das soll halt auch zu schaffen sein, die Schule. Nervig. Nervig. Ihr dürft ja auch noch reinziehen. Wenn ihr ruhig wollt. Gewergebiete. So, ist es so schick. Ach, du liebe Zeit. Ich breche jetzt essen. Genau an der Stelle, wo kein Wasser fließt. Also, dass die Schule und die andere kommt, dann zu gucken. Weiter hier hinten hin. Bin mir nicht ganz sicher. Aber finde ich klasse. Finde ich alles klasse. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Oder was sagt ihr dazu? Gefällt euch das, was ich hier mache? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ha, ha, ha. Es gibt wirklich kaum Stau. Nur hier vorne. Das gefällt mir. Mit dem kleinen Stau da vorne kann ich mich auch arrangieren. Nicht genug Kunden. Oh, 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 oh. Ah. Kunden werden kommen. Jetzt erstmal noch eine Schule. Für unsere Fachangestellten. Ich hoffe, das freut jetzt auch alle. Kaufen die neues Land. Möchte ich noch gar nicht. Kommen wir später zu. Weil ich habe ja noch genug Platz hier. Oh, schon wieder Strom. Ja, jetzt muss ich erstmal eine kleine Turbine bauen. Und danach auf jeden Fall erstmal ein Kraftwerk nochmal. Oh, es ist ärgerlich jetzt wieder. Ja, gleich habe ich gleich gehabt, ich habe wieder Strom. Ach so, ich habe nicht genug Geld. Ja. So, jetzt sehe ich, es kommt wirklich irgendwann ein Kraftwerk. Oh, jetzt hier unten auch. Ja, müsst ihr warten. Auf dem Kraftwerk. Tut mir leid, Leute. Steuern. Können wir ein bisschen erhöhen hier. So. Ja, es bleibt so. Oder ich muss erstmal nochmal eine kleine nochmal so ein Windding bauen. Ich brauche jetzt mal so ein Windding damit der Strom überhaupt da ist. Windrad. Auf an. Und zack, Stromproblem. Okay, als nächstes kommt wirklich ein Kraftwerk. Alles in die Gebäude. Ciao. Ciao. Tschüßen. Abgegrüßt. Abgeklatscht. Ja gut. Okay, dann mache ich einen kleinen Schnitt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüßen.